Dann ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Fragenswert. Mein heutiger Gast ist Professor Dr. Nikolai Krüger. Er ist Wirtschaftsinformatiker an der EU mit den Themen Digital Innovation, Transformation and Entrepreneurship. Und zu seinen Schwerpunkten zählen außerdem Künstliche Intelligenz, Startups und JetGPT. Also das wird auch heute unser Thema sein. JetGPT ist ja momentan in aller Munde. Und was man auch nicht vergessen darf, er ist Gründer der Pitch Next Innovationsberatung. Und damit erstmal ein herzliches Willkommen. Moin Moin. Moin Moin, hallo Matthias. Ja, wir haben uns im Vorfeld, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, da haben wir uns schon auf das Du geeinigt. Also deswegen da nicht wundern. Erstmal die Eingangsfrage, worum es heute gehen soll. Was ist JetGPT? Also erstmal ganz einfach gefragt. Okay, wie viele Stunden habe ich? Nein, Quatsch. Ja, die schnelle pragmatische Antwort sozusagen. JetGPT ist eine künstliche Intelligenz, die sich dadurch auszeichnet, dass sie per Chat in Interaktion mit den Menschen tritt. Das heißt also, ich kann hier eine Aufgabe in Textform abgeben und bekomme dann ein Resultat zurück. Das wäre die schnelle Erklärung. Okay. Und weiß man eigentlich, welche Firmen dahinter stecken? Also man sagt ja immer so schön, kostenlos ist eigentlich nichts, weil mit den Daten wird ja wahrscheinlich auch was gemacht. Oder ist das zu böse gedacht? Also welche Firma steckt dahinter? Das ist OpenAI. Das ist eines der großen Innovations- und KI-Startups, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. OpenAI wurde übrigens 2015 gegründet, habe ich gerade noch zufällig gesehen. Microsoft hat früh investiert und ist auch letzte Woche und vorletzte Woche nochmal mit einem gehärteten, also wirklich in Aussicht gestellten Milliarden-Investment dort mit reingegangen. Und die Frage, inwiefern wir mit unseren Daten oder mit der Nutzung von künstlicher Intelligenz selbige trainieren, die lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten. Anders würde es eigentlich gar nicht gehen. Also wer sich da mal in den Nutzungsbedingungen umschaut und sogar bei OpenAI mit einem Pop-up am Anfang, wo man gefragt wird, ja, du weißt, dass das Ganze hier gerade noch zu Forschungszwecken dient, dass man in der Benutzung von unserer Software gerade alle sogenannten Prompts, also diese Eingaben und auch die Ergebnisse daraus eben nutzen kann, um die künstliche Intelligenz zu verbessern. Und das ist eine wichtige Eigenschaft von KI, weil sie ja durch dieses lernende Lernen, das selbstgesteuerte Lernen in diesem KI-Bereich sich nur weiterentwickeln kann. Das heißt also, sowohl unsere Eingaben sind interessant für die, die so eine KI bauen, was wird also gefragt, wie steuern die Nutzer die KI, aber halt auch auf der anderen Seite, ja, was kommt dabei raus, welche Resultate entstehen. Und die kann man dann sogar noch bewerten, kann also sagen, das hat gepasst, das hat nicht gepasst. Man kann in dem ganz konkreten Fall von ChatGPT witzigerweise sogar auf falsche Informationen aufmerksam machen oder so tun, als wäre es eine Falschinformation und die KI in die Irre leiten. Und damit versucht natürlich OpenAI an der Stelle das Ganze noch weiter zu modellieren oder weiter zu verbessern. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Besondere jetzt bei den Chatbots, weil Chatbots kennen wir ja glaube ich mittlerweile alle, wenn man irgendwie eine Support-Anfrage hat oder so bei, keine Ahnung, U2 oder Vodafone oder da antwortet schon mal irgendwie ein Bot oder so, gibt so die ersten Informationen einfach wieder. Das ist, ja, war damals auch schon aufwendig, aber ist mittlerweile ja auch Standard geworden. Aber was glaube ich jetzt so das Neue ist, dass das halt auch in die, also wenn ich es richtig verstanden habe, ins Kreative mit reingeht. Also das ist auch wirklich Werbetexte schreiben könnte und ich habe einfach mal, ich habe das Ding natürlich auch ausgetestet und ich habe einfach mal so ein, es gibt einen Rapper, der heißt Kollegah. Und da habe ich einfach mal einen Text da reingespitzt, also ich habe gesagt, er soll mir mal einen Zon-Text machen, hat er auch gemacht und habe dann so ein paar Variationen noch reingebracht von wegen, ja, mach mal einen Witz rein, mach das Ganze humorvoller und so weiter. Und es, also es ist immer derselbe Text geblieben und er hat auch mal einen Witz reingebracht und so, aber genau, also so komplett entgereift ist es noch nicht, aber das ist glaube ich so das Ding dahinter, oder? Dieses Kreative, was vorher noch nicht da war, würdest du das auch so sagen? Ja, für mich sind es mindestens zwei Aspekte. Das eine ist das Kreative, was du sagst, da gehe ich gleich gerne nochmal ein bisschen ausführlicher drauf ein, weil das eigentlich so eine Illusion von Kreativität nur ist. Das andere ist tatsächlich auch, es gab ja OpenAI jetzt eben schon ein paar Jahre und auch die Technologie dahinter konnte man schon eine etliche Zeit lang nutzen. Also ich glaube, ich habe das schon so ein bisschen experimentell in meinen Vorlesungen jetzt seit drei oder vier Jahren immer mitgebracht. Das nannte sich dann OpenAI Playground und da konnte man einfach mal entweder frei programmieren oder mit der KI in Interaktion treten. Und tatsächlich war das nicht so anders, weil unterm Strich konnte man dieser KI auch Fragen stellen und es gab auch eine Antwort. Es war aber halt nicht so darauf optimiert, dass man in diesem Gefühl von Chatten, also dieser Eins-zu-eins-Interaktion unterwegs war, sondern es war im Grunde genommen erstmal das Sprachmodell, also dahinter stecken KI-Modelle, die sich durch Milliarden von Sprachparametern zusammensetzen. Im Wesentlichen das ganze Wissen aus, ja was wir so kennen, Wikipedia, freien Texten im Internet oder auch Quellcode beispielsweise, also Programmcode haben trainieren lassen. Ja und diese Ergebnisse konnte man schon auch in der Vergangenheit erzeugen, aber jetzt ist das neue, was für mich ganz wichtig ist in der Forschung, die User Experience. Also wie fühlt sich das an, dass ich damit arbeite? Jetzt ist es im Grunde genommen super intuitiv. Du sagst, es erinnert dich an so einen Chatbot, wie wir den die letzten Jahre hatten, so diese typischen Marketing- und Servicebots. Ich glaube, da waren wir alle so semi-happy mit, wie das meistens funktionierte. Zum einen vom sprachlichen Reifegrad war oftmals die Schwierigkeit bislang, dass sie relativ rezepthaft gearbeitet haben. Also es gab vielleicht so eine Art einfachen Entscheidungsbaum, meine ich jetzt gar nicht technisch, sondern einfach, dass so Pfade abgearbeitet wurden. Also ja, du hast ein Problem mit deiner Spülmaschine, dann drück doch nochmal die 1. Das hat sich also im Grunde genommen von dem, was wir klassisch bei Telefonbots und Hotlines so kannten, von vor 10, 20 Jahren sogar, hatte sich das in manchen Chatbots negativ fortgesetzt, muss ich sagen. Also das war nicht wirklich eine höhere Service-Erfahrung, sondern eigentlich nur eine andere Art, entweder zu navigieren oder Fragen zu stellen und dann so schlagwortartig, da kam ein Schlagwort vor und dann kriege ich halt diese Antwort. Spülmaschine defekt, kriege ich vorgeschlagen, Technika rausschicken oder sowas. Also total simpel. Und das ist jetzt anders. Jetzt haben wir ein Sprachmodell, was versucht, den Kontext zu verstehen, was also auch darauf trainiert wurde, zu verstehen, dass ein gewisser Begriff, vielleicht jetzt also nochmal die Spülmaschine, ist in dem Kontext vielleicht von Küchenmontage, Küchenbau. Ich könnte aber ein anderes Wort in einem völlig anderen Kontext haben oder ich könnte auch Begriffe haben, die in zwei verschiedenen Situationen relevant sind. Und also Tastatur zum Beispiel beim Computer, aber genauso beim Klavier. Und jetzt muss ich also aus dem Kontext des Gesprächs etwas heraus verstehen. Ich muss auch auf meine eigenen Antworten als künstliche Intelligenz wieder Bezug nehmen können. Und das, das kann jetzt OpenAI's ChatGPT. Das heißt also, ich kann wirklich in einen fortgesetzten Dialog gehen und kann dann auch nochmal zurückgehen. Und zum Beispiel könntest du jetzt bei diesem Rap von vorhin einfach nochmal sagen, schreib mir den Text doch jetzt nochmal um, aber bitte wie Beyoncé. Okay, so nach dem Motto. Und dann würde das OpenAI im besten Fall tatsächlich auch hinkriegen, sich also zu erinnern. Das war meine Antwort, das hatte ich produziert und das Ganze jetzt auch wieder anders umzuschreiben. So und das alles zusammen mit einem Aspekt, der ja randomisierte Texterstellung genannt wird, kommt dann bei uns dieses Gefühl der Kreativität auf. Denn was eigentlich diese KI macht, sie erstellt immer die nächste Silbe auf Zufallsbasis. Und versucht dann möglichst etwas Wünschenswertes oder für uns Menschen als irgendwie sinnvoll zu erachtendes Ergebnis zu produzieren. Und dann gibt es speziell bei ChatGPT tatsächlich auch so einen Parameter, den kann man einstellen. Wie kreativ soll es dann sein? Und das kann dann wirklich dazu führen, dass wir Ideen bekommen, die uns wirklich bahnbrechend oder disruptiv, könnte man vielleicht auch sagen, vorkommen. Andere Dinge sind eher ganz nüchtern und vielleicht naheliegend. Aber tatsächlich ist das ein schöner Effekt, also diese Interaktion, die User Experience mit ChatGPT und dann dieses Gefühl, da kommen wirklich manchmal auch frische, knackige Ideen bei raus oder eine richtig gute Erklärung. Ja und das ist echt eine mega Sache und wie du schon sagst, diese User Experience ist mega gut, weil man geht im Prinzip ganz normal da rein, stellt eine Frage und man sieht dann, der tippt und es kommen dann die Antworten. Und manchmal ist man sich nicht ganz sicher, steckt da jetzt noch ein Mensch dahinter, der irgendwo doch da sitzt oder nicht? Das ist schon heftig manchmal, weil also ich habe da einige Sachen eingegeben, also auch so was so kreativ gibt und gibt mir auch mal mehrere Variationen, das hat alles geklappt. Ja, das war ja die erste Illusion eines Schachcomputers, da saß ja tatsächlich unter diesem Tisch nur ein Mensch, der die Schachfiguren bewegt hatte und es hatte nur die Illusion, den Anschein von so einem Schachcomputer, daran erinnert mich das, was du beschreibst. Aber ja, es funktioniert erstaunlich gut, man braucht erstmal für die ersten Resultate auch wirklich nicht viel Erfahrung bei den meisten Chatbots, die jetzt KI-basiert sind, sondern man kann sich einfach ranwagen. Du hast ja vorhin das Stichwort Marketing genannt. Also ich glaube, da ist das Potenzial natürlich zum einen sehr hoch, wenn man wirklich Massen oder Kreaktionsprozesse ein Stück automatisieren kann oder schneller sein kann. Oder was ich ganz wichtig finde, sich einfach Inspiration oder einen Sparringspartner mit der KI reinholt, um einfach nochmal einen anderen Begriff zu haben oder einen anderen Blickwinkel. Heute Morgen haben wir ein Training vorbereitet, ein Trainingsverband und ich und dann habe ich gesagt, ja, habt ihr das Training auch mal in Chat-GPT reingeschmissen, hatte er tatsächlich schon gemacht. Und er sagte, das Ergebnis war aber genauso, wie wir es auch gemacht hätten in unserer Textabteilung sozusagen. Also das muss nicht immer bahnbrechend neu sein, aber es kann einfach gut funktionieren und dann kann ich mich vielleicht in einem Kreativprozess um meine eigentliche Aufgabe vermitteln von Mehrwerten, Kommunikation Richtung Kunden und so weiter kümmern und kann vielleicht so etwas Simples wie vielleicht eine Zusammenfassung von einem technischen Sachverhalt oder so, könnte ich jetzt vielleicht Chat-GPT zusammenfassen lassen. Wäre ja eine super Möglichkeit. Ja und also was bei dem Thema halt immer kommt, ist so diese Abwägung zwischen Chancen und Risiken. Also wann löst die Maschine den Menschen sozusagen ab und um bei den Hausaufgaben zum Beispiel zu bleiben, sagen wir mal, das wird ja gefüttert mit Informationen von uns. Also dadurch wird es ja auch immer schlauer, diese künstliche Intelligenz, wenn ich das jetzt einfach mal so gloppbar sage. Und in ein paar Jahren sitzen dann Schüler und Schülerinnen einfach, wenn die irgendwie, keine Ahnung, einen Roman über Goethe oder so schreiben, sitzen dann einfach vor Chat-GPT oder wo geht die Reise hin? Das ist eine sehr spannende Frage. Also es gibt einige, die sind da extrem in Aufruhr momentan, gerade sagen wir mal so aus dem Feld der Wissenschaft oder mit der Frage, wie verändert das die Lehre, die Forschung oder ein Ablauf vom Studium oder von der Schule. Ich sehe das erstmal so, dass wir in vielen grundsätzlichen Bereichen jetzt merken, wo wir vielleicht Prüfungsformen hatten, die gar nicht mehr so sehr zeitgemäß sind. Das hat aber auch was damit zu tun, dass das gerade so sehr diskutiert wird, dass es vielleicht nicht in allen Disziplinen so bekannt war in den letzten Jahren. Also ich weiß, dass zum Beispiel Forscher der Uni Bamberg hatten schon vor, glaube ich, drei Jahren oder so ein Paper publiziert, wo sie genau das prophezeit haben, wir müssen Prüfungsformen einfach ändern, weil so eine generative KI, die also etwas produziert, Bild oder Text vor allen Dingen jetzt in Bezug auf deine Frage, dass das einfach da sein wird. Und dass das jetzt gerade an der Türschwelle steht und diese Technologie ist dann ubiquitär, also überall verfügbar. Ich glaube, wir müssen da die eine oder andere Prüfungsform anpassen. Trotzdem, ja, du hast recht, das wird weiter lernen. Also ich kriege jeden Tag auf LinkedIn und Twitter irgendetwas angezeigt von jetzt hat das Ding meine Klausur bestanden, jetzt hat es irgendwie den Bachelorabschluss bei uns bestanden, jetzt hat es ein MBA irgendwo gemacht, dann Forschungspaper produziert, nur von der KI, natürlich, ja, ist doch auch klar, das wird natürlich so weitergehen. Die Frage ist also, an welcher Stelle stiften wir Menschen den Mehrwert? Auch das ist ja in der Literatur schon eigentlich lange diskutiert. Es gibt ja diesen Punkt der Singularität, kennen die meisten wahrscheinlich aus irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, ja, immer der Punkt, wo der Computer die künstliche Intelligenz irgendwie die Oberhand gewinnt und dann ja so zu der Erkenntnis meistens kommt in der Science-Fiction-Literatur, ja gut, das mit der Menschheit, das ist irgendwie jetzt so eine nicht ganz so gute Idee, die verbrauchen auch voll viel Ressourcen. Wenn man zurückguckt übrigens, der erste Matrix-Teil fängt auch genauso an, die Begründung, nämlich worum die Maschinen sich irgendwie der Menschen bedienen, ist genau die Begründung tatsächlich. Ja, aber wo führt das hin oder was brauchen wir jetzt im Bildungssystem, war deine eigentliche Frage. Ich glaube, wir brauchen neue Prüfungsformen und eine andere Form der Digitalkompetenz, denn diese Sachen sind da, die gehen nicht weg. Ich glaube, auch ein Verbot macht da ganz wenig Sinn, sondern wirklich weiter trainieren und die Schülerinnen und Schüler oder auch Studierende trainieren lassen, mit diesen Mitteln zu arbeiten und damit ja auch in eine andere und viel zeitgemäßere, wie ich finde, Form des modernen Arbeitens zu kommen. Denn wer jetzt heute in einer vielleicht Agentur anfängt und dort Werbetexte produziert, der hat doch dieses Werkzeug. Oder wer jetzt im Kreativbereich Bilder braucht, der muss sich jetzt nicht mehr zwischen den drei hässlichsten Stockfotos entscheiden, wenn man das denn musste, sondern kann jetzt vielleicht selber was produzieren. Immer noch für ein geringeres Budget vielleicht, als zu sagen, okay, wir bauen jetzt ein Shooting und konstruieren wirklich nochmal einen ganzen Kreativbereich entsprechend. Aber ja, ich habe da einfach ein paar mehr Möglichkeiten, würde ich sagen und auf die sollte man jetzt die nachwachsende Generation auch wirklich bereit machen und vorbereiten, damit zu arbeiten. Prompt Engineering ist da das Stichwort. Das ist der Skill, vielleicht ganz kurz noch, über den man dann meistens redet. Also wie kann ich künstliche Intelligenz so steuern, dass ich zu dem gezielten Ergebnis komme? Und das ist bei Text noch einigermaßen planbar. Da muss ich mir also so ein bisschen vielleicht Fingerfertigkeiten aneignen und lernen, wie das geht. Im Bereich von Bildgenerierung ist das schon viel schwieriger. Also so Tools wie Midjourney oder Stable Diffusion, die sind ja auch richtig kompliziert in der Handhabe. Und genauso wie ich halt heute sowas wie InDesign oder Photoshop auch wirklich lernen oder sogar studieren kann oder muss, wird das, denke ich, auch mit solchen komplexen KI-Tools sein und vielleicht neue Berufsfelder wie AI-Operator oder AI-Maker hervorbringen. Ja, das hatten wir im Vorfeld kurz, oder hattest du denn angesprochen, dass es so neue Berufsfelder gibt, die die Maschine sozusagen aktiv füttern mit Informationen, ne? Ja, genau. Ich will jetzt keine fiese Werbung für mein Buch machen, aber tatsächlich passt es ja ganz gut, dass ich… Hau raus! Ja, es gibt da so ein Buch, wo ich mir für eine spezielle Berufsgruppe, ich sage es nachher einmal ganz kurz, wenn ich darf, aber ja, mir anschaue, wie ändert das das Arbeiten und es geht da um Trainerinnen und Trainer und die haben ja in der Regel zum Beispiel so das Berufswesen, dass es ganz oft ein Mann oder ein Frau Firmen sind, die sich organisieren müssen und halt zum Beispiel sowas sind wie Scrum Coach, Scrum Master oder sowas, und da halt ganz tief in ihrem Beruf drin sind und aber alles, was jetzt Thema Backoffice, Thema Vermarktung, Thema Organisation, in der Regel sogar in Eigenregime machen, ne? So, jetzt ändert so ein Tool wie die Verfügbarkeit von künstlicher Intelligenz ja tatsächlich, wie man sich selber organisiert, wie man hier auch, ja, das Thema Unternehmertum zum Beispiel lebt, ne? Oder so eine Art virtualisiertes, KI-gestütztes Backoffice macht, ne? Solche Sachen habe ich mir mal angeschaut und da kommt man ganz schnell, also ich habe mir wirklich da nicht da quasi zu viel aus dem Ärmel geschüttelt, sondern man kommt ganz schnell auf so 70 Ideen, habe ich da mal aufgeschrieben, die wirklich ziemlich viel ändern in der Ablauforganisation von so einem kleinen Trainings- oder Beratungsbetrieb, ne? Das ist ganz interessant. Und wenn man das jetzt einfach mal weiter deklariert auf andere Bereiche, also zum Beispiel bei uns in der Lehre oder in der Forschung, auf andere Berufsfelder, da kommt man, glaube ich, ganz schnell auch auf richtig viele Ideen, wie sich Berufe dann ändern. Und das hat immer was damit zu tun, ja, zu verstehen, welche KI-Tools entstehen gerade und auf welchem Skill-Level befinde ich mich selber, um damit zu interagieren. Jetzt gehen wir weg von der Buchwerbung, die so gemein war, sondern zu einem wissenschaftlichen Paper, was demnächst erscheint. Da reden wir von sogenannter Plug-and-Play-AI, also künstliche Intelligenz, die einfach verwendet werden kann, wie wir diesen Begriff so hatten in den Millennium-Jahren, Technologie, die ich einfach an Computer anstöpsel und die funktioniert. Und genau das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Feld, um KI in die breite Masse zu tragen. KI, die entweder schon funktioniert, weil es ein einfaches Tool ist, ja, das wäre mehr so der Consumer-Bereich sozusagen. Ich glaube, so um die Feiertage herum, 2022 haben alle mit dieser Lancer-App rumgespielt und aus sich selber Comic-Figuren gemacht und solche Geschichten. Okay, aber jetzt im professionellen Bereich, B2B beispielsweise, da gibt es sowas wie hier aus der Region, wo ich bin, Your Easy AI. Das ist ein Mathematik-Doktorand, der die statistischen Verfahren, die er gebaut hat, ja in so eine Art allgemeine KI reingegossen hat. Daraus ist ein Startup entstanden, wo man im Prinzip nur noch seine Daten reinschmeißt und sagt, ich wüsste jetzt gerne etwas zum Thema, Abwanderungsquote von Kunden und dann wird die KI etwas berechnen und lässt sich auch daran messen, wie steht sie im Verhältnis zu anderen Algorithmen, die das Gleiche versucht hätten, die ich vielleicht nur als, ja, KI-Entwicklerin, Entwickler oder Forscherin und Forscher gemacht hätte. Und ich glaube, das ist eine sehr interessante Frage, das so zu mappen. Das haben wir in diesem Paper getan. Quasi auf welchem Level bin ich unterwegs? Bin ich eher Anwenderin oder eher Entwicklerin? Ja, und wie komme ich dann zu dem richtigen KI-Tool auf der Gegenseite, um damit zu meinem Erfolg zu kommen? Wir kommen noch mal kurz auf die Filme von vorhin noch mal zu sprechen. Da gibt es, du hattest Matrix erwähnt, ich hatte noch iRobot im Sinn. Ja, ja, ja. Und du hattest im Vorgespräch noch gesagt, Ex-Maschina, den muss ich noch mal gucken. Aber genau, so diese Horrorszenario ist ja immer, dass die künstliche Intelligenz so schlau wird, dass die irgendwann denkt, ja gut, ich mache das jetzt selber, sodass sie sich verselbstständigt. Ich muss nicht mehr auf die Befehle des doofen Menschen warten und so weiter. Ja, also im Zusammenhang möchte ich nur eine Sache kurz erwähnen. Und zwar hat ein Zuhörer, mit dem ich nur noch kurz darüber geschnackt hatte, ob er jetzt noch eine Frage an dich hat. Er meinte ja, bring den Chewing-Test noch mal mit rein, der den wohl bestanden haben soll. Also als zweite Chatbot-Maschine weltweit. Also das heißt, wie intelligent ist eigentlich die Maschine? Genau, und jetzt einfach die Frage, wo geht die Reise hin? Also kann das wirklich passieren oder ist das Science-Fiction? Also ich weiß nicht, vielleicht sollen wir ganz kurz nochmal über den Turing-Test sprechen auch, was der bezweckt. Also die Idee ist quasi, kann ich als Mensch, wenn ich mit einem Gerät kommuniziere, wo ich nicht weiß, was auf der anderen Seite ist, also Blackbox ist das Stichwort, aber ich kann irgendwie interagieren über Sprache oder über geschriebenen Text, kann ich dann wirklich zuverlässig feststellen oder beweisen, dass auf der anderen Seite ein Mensch oder eine Maschine sitzt. Also die Idee ist dann, der Turing-Test ist bestanden, wenn ich eben den Eindruck habe, es ist ein Mensch und sich die Maschine nicht desillusionieren oder offenbaren lässt. Ja, und Chat-GPT hat diesen Test halt bestanden. Man diskutiert jetzt im Netz, ist das noch das richtige Verfahren? Dann müsste man den Test anders aufbauen, aber es ist einfach so, diese Sprachmodelle wirken hier so elegant. Ja, da bauen keine, jetzt so wie ich hier immer, irgendwelche Versprecher oder müssen sich räuspern oder sowas ein, sondern es kommt hier einfach super elegant rüber und in astreiner Sprache. Ja, da werde ich natürlich keine Anknüpfungspunkte haben oder Ansatzpunkte, um jetzt irgendwie auf dieser Basis zu sagen, ach, das wirkt jetzt aber nicht menschlich, sondern die Ideen sind ja meistens oder wirken wahnsinnig intelligent. Wir haben übrigens eine Sache gemacht als Teil von einer Studie. Wir haben eine KI, mehrere sogar, haben wir Startup-Ideen entwickeln lassen und dann das Leuten vorgestellt und gefragt, hat das jetzt ein Mensch entwickelt oder die KI? Und die Studie ist noch quasi im Entstehen, aber die Vorstudie ist gemacht und das Interessante dabei war eigentlich weniger so die Ergebnisse jetzt nach dem Motto, wie haben die gevotet, sondern so die Menschen in der Vorstudie zu beobachten. So, oh, das hat tatsächlich, das muss ja eine KI gewesen sein. Also das ist ja eine ganz verrückte Idee, so nach dem Motto, solche Geschichten. Ja, und wo geht das hin? Das ist eine sehr gute Frage, wenn ich darauf die Antwort hätte, dann ja, wahrscheinlich würden wir uns dann gar nicht unterhalten jetzt und ich würde in der Sonne sitzen oder sowas, keine Ahnung. Es ist eine sehr spannende Frage. Ich glaube, dass wir für sehr viele Bereiche in Zukunft eine Art Interface haben werden, was dem von ChatGPT ähnelt. Das zeigt sich, glaube ich, einfach so ein bisschen durch die Entwicklungen der letzten Zeit. Das scheint also wirklich in die breite Masse zu gehen. In der Technologieforschung sprechen wir da von Diffusion, also wie verbreitet sich eine Technologie? Und so ein Chat scheint doch also tatsächlich in Summe bei vielen sehr gut anzusprechen. Also vielleicht eher als klicken. Also ich bin das auch im Messenger, in WhatsApp, Signal, Threema oder so, ist man das mittlerweile auch gewohnt zu schreiben und dann damit eine Technologie anzusteuern. Das scheint also erstmal als Interface ganz interessant zu sein. Und ja, dann ist die Frage, was kann das alles? Also Stand jetzt kann es uns Antworten geben. In Zukunft wird es dann also für uns immer mehr Dinge erledigen können, wo ich vielleicht noch andere Technologien hinten dran habe. Also einfach Automatisierung. Im Unternehmenskontext träumt man dann natürlich schon immer von, Dinge zu automatisieren an Geschäftsprozessen. Ich denke, da werden wir ganz viel sehen. Wenn ich an das Thema E-Government denke, da hätte ich auch ganz viele Wünsche, was man da vielleicht mit anstellen könnte. Also Automatisierung und Chatinteraktion im Zusammenhang mit Behörden beispielsweise. Ja, wunderbar. E-Government. Aber wird jetzt die KI tatsächlich ja den Menschen überkommen? Einige sprechen dann ja so von der, ja wirklich dem Transhumanismus. Also wir überstehen den Menschen und es kommt irgendwie was anderes danach. Oder der Mensch wird sich verändern und durch Implantate und dergleichen mehr sich verändern. Ich bin da etwas zurückhaltend mit diesen Prognosen. Ja, schauen wir erstmal, was hier jetzt sowas wie ChatGPT und dergleichen bringt und wie wir darauf uns einstellen als Menschheit, weil es eben so viele direkte Veränderungen hat. Vielleicht abschließend, es gibt ja immer so diese Analogie zu, dass wir dazu neigen, Technologien in ihrem Impact auf uns Menschheit kurzfristig zu überschätzen. Also ja, völlige Panik. Wir brauchen keine Klausuren mehr schreiben, weil jetzt gibt es ChatGPT. Aber dass wir auch dazu neigen, die langfristige Auswirkung zu unterschätzen. Und deshalb glaube ich, wir brauchen beides. Wir brauchen jetzt wirklich so diesen Dialog dazu. Was können wir jetzt ändern? Wo brauchen wir Bildungsreformen beispielsweise? Wo müssen wir im Daily Life heutzutage Dinge anpassen? Aber auch langfristig, was könnten wir wirklich an großen Themen damit anfassen und uns, ja, wirklich das Leben einfach ein bisschen angenehmer auch gestalten, unter dem Strich, nicht wahr? Ja, passend dazu lese ich nochmal das Zitat vor, das fahre ich so gut irgendwie, aus der Tagesmeldung, dass der, dass ChatGPT jetzt auch den Bachelor bestanden hat. Und zwar Jahreszeilen, Jahreszeilen auswendig zu lernen oder in Mathematik und Physik nur zu rechnen, anstatt diese Rechengänge tatsächlich zu verstehen, herleiten und formalisieren zu können, sei laut Schmidt kaum zielführend. Dementsprechend sei der Erfolg von ChatGPT keine Überraschung. Es ist nicht die KI, die plötzlich auf dem Niveau des menschlichen Intellektes agiert, sondern der menschliche Intellekt, der sich damit begnügt, auf dem Niveau einer Rechenmaschine zu agieren. Ja, das ist ja genau das Thema, nicht wahr? Wie haben wir bisher unser Bildungssystem aufgebaut, Reproduktion von Wissen und solche? Auswendig Lernen. Ja, ganz genau. Also ich glaube, das kann man schon grundsätzlicher anfassen. Also ich versuche, dass wir zum Beispiel viele Prüfungsleistungen in so Formaten haben, in denen ich was Praktisches auch zeigen kann, also Transfer von Wissen sozusagen, Anwendung. Aber das geht halt nicht überall und das ist auch keine Frage, die jetzt eine einzelne Lehrerin oder eine einzelne Professorin irgendwo entscheidet, sondern das ist immer eine Systemfrage. Okay. Dann kommen wir zu meiner letzten Frage. Vielleicht nochmal zusammenfassen. Du hast es ja schon so teilweise beantwortet. Wo siehst du die Zukunft von ChatGPT? Wo wird die Reise hingehen? Ist natürlich, ne? In der Glasgow Kugel können wir alle nicht, aber, ja, wird es sich weiter ausbauen oder wird das Ganze dann wieder eingestellt und irgendwelche Leute benutzen das einfach für sich selbst? Weil ich habe zum Beispiel, ich habe einfach mal so eingegeben, ja, was sagt er denn, ähm, wie wird die Aktie 2023 werden, ne? Oder wie, wie, welcher WTF, in welchen ETF soll ich, ähm, äh, investieren? Und dann sagt er mir, ja, über Finanzsachen macht er mir keine Aussage. Das ist, äh, ja, äh, keine Ahnung. Macht er auf jeden Fall nicht. Und da dachte ich nur so, na gut, du könntest es wahrscheinlich machen, aber das haben doch irgendwelche Leute, haben das doch bestimmt deaktiviert und nutzen das selber und, na klar, also es ist immer irgendwie doch Wahrscheinlichkeitsrechnung, ne? Ähm, und ich verstehe auch, warum, warum man das nicht macht, aber, ja, das ist so, wo geht die Reise hin? Tja, also, ähm, ist eine schwierige Frage. Ich glaube, dass wir uns mehr daran gewöhnen, dass wir also grundsätzlich mit solchen, ähm, conversational User Experience Interfaces, wie sie halt dann in der Wissenschaft heißen, auseinandersetzen. Also über sowas wie Chatbots interagieren. Dafür spricht tatsächlich auch schon, dass Google ja jetzt verlautbart hat, mit BART, also ihrer eigenen generativen Text-KI anzutreten. Das heißt also, das wird immer stärker werden. Ähm, mit Microsoft jetzt in, äh, OpenAI drin wird das also, glaube ich, nicht mehr weggehen, weil du ja sagtest, naja, verschwindet das wieder. Könnte ja auch wirklich sein. Ich glaube, aber jetzt hat sich so ein bisschen gewandelt. Dafür spricht auch, dass Meta, also früher Facebook, ja auch mittlerweile so ein bisschen struggle mit ihrem Thema Metaversum. Also so die Frage, wo geht das jetzt alles hin? Wandert alles in so eine Art Metaversum oder wandert alles vielleicht in so eine Richtung von solchen Chatbots? Gerade sind die Chatbots ein bisschen führend und vielleicht gibt es aber spannende Kombinationen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir also in Zukunft einfach sowas wie, ähm, wie eine total präzise Antwort, die ist kontextabhängig, also die kennt irgendwie mein Bedürfnis, vielleicht meine Historie oder Produkte, die ich gekauft habe, das Umfeld, in dem ich lebe. Und dann kann mir diese KI eine viel sinnvollere Antwort geben als einfach nur Suchmaschinen optimiert, Platz eins und dann kommt da irgendwas raus. Es wird uns vielleicht auch irgendwelche triviale Arbeiten abnehmen können. Also von, ähm, ein Text jetzt bauen, aber wir haben das genauso zum Beispiel im Thema, ähm, Programmcode entwickeln. Also so etwas Einfaches wie, ähm, so was alle Internetseiten haben, ja so den HTML Boilerplate sagt man dazu, den Quelltext, der auf jeder Webseite steht. Den muss jetzt keiner mehr schreiben, den muss sich auch keiner irgendwo hinpacken, sondern, ja, das kann ich mir einfach bauen lassen bis hin zu kompletten, einfachen Webseiten. Das, das funktioniert einfach und das ist dann damit da. Also insofern viel Automatisierung werden wir da, denke ich, sehen und eine Integration in andere Themen wie Suche oder vielleicht in Messenger-Dienste, ja. Ich habe aber nebenher mal ChatGPT gefragt, was, was ChatGPT denkt, was aus ihm 2050 wird. Soll ich vorlesen? Ja, machen wir. Ja, es ist schwer zu sagen, sagt auch ChatGPT, was 2050 irgendwie passieren wird. OpenAI ist ständig daran, seine KI-Modelle zu verbessern und zu aktualisieren, aber es hängt auch von den Fortschritten in der KI-Forschung und Entwicklung ab. Es ist möglich, dass es in einigen Jahren neue und bessere KI-Modelle geben wird, die ChatGPT ersetzen. Ja, das ist schon so ein bisschen der Fingerzeig. Ähm, ich habe schon eine E-Mail bekommen, die neue Version von ChatGPT, ähm, ist jetzt quasi auch demnächst verfügbar und das gilt von, schon vor allen Dingen, äh, wird jetzt sehr technisch, aber für alle, die schon in dem Microsoft Azure Vertrag mit drin sind und dort also quasi jetzt schon Geld dafür bezahlen, ChatGPT kommerziell nutzen zu dürfen. Ja, also das vielleicht noch so ein bisschen auch zum Abschluss, neben aller Euphorie, dass dieses Tool kostenlos ist, wird jetzt auch ganz schnell enden, weil das ist natürlich eine wunderbare Technologie und OpenAI macht das nicht aus Nächstenliebe, sondern natürlich auch, um letztlich als Unternehmen zu wachsen. Also alle, die damit noch herum experimentieren wollen in diesem frühen Beta-Stadium sozusagen, die sollten das jetzt tun, weil demnächst wird es dann einfach eine Paywall dazu geben. Ah, gut zu wissen. Dann muss ich da noch mal ein bisschen was machen. Und man muss auch ein bisschen Geduld mitbringen, weil das Ganze, ich hatte das schon ein paar Mal, dass ich dann draufgehen wollte und es war irgendwie, keine Ahnung, aktiviert in Wartungsarbeiten. Ja, genau, Server überlastet und so weiter. Das kommt auch nochmal ab und zu vor. Immer wenn ich mit einem ganzen Seminar gleichzeitig auf die Seite gehe, dann ist es schon safe. Dann funktioniert es auf jeden Fall nicht. Genau. Aber da habe ich noch ein schönes Schlusszitat. Wir hatten hier für einen Artikel auch noch gefragt, ChatGPT, was ist denn Resilienz? Und beantworte es bitte wie eine Disney-Prinzessin. Und dann darauf hat es gesagt, Resilienz ist also wie das Prinzip von Dornröschen im Turm, quasi trotz aller gescheiterten Versuche immer wieder das Haar herunterzulassen und sich dann quasi immer wieder neu aufzurappeln. Sehr gut. Nein, das ist nicht Dornröschen, nicht wahr? Jetzt bringe ich es noch durcheinander. Rapunzel, nicht wahr? Ja, super. Komm, bei mir ist es gar nicht aufgefallen. Bin nicht mehr so die Märchengeneration. Ja, genau. Also man kann das wunderbar nutzen, aber sollte dann tatsächlich jetzt gucken, dass man so ein bisschen das noch ausprobiert, weil bei dem Vorgänger könnte man gerade noch erklären von ChatGPT, was ich eingangs sagte, Open Air Eyes Playground, der war auch eingangs kostenlos und dann hat man meistens noch bei diesen KI-Modellen so ein paar Credits gratis pro Monat, aber dann hört das sehr schnell auf. Man kann im Prinzip dann nicht mehr produktiv damit arbeiten, sondern dann schalten die einfach ja so eine Kreditkartenzahlung oder etwas anderes dazwischen. Ja, okay. Also Leute, testet es aus. Ich sage schon mal vielen Dank, Nikolai, für das tolle Gespräch, dass du uns einmal aufgeklärt hast. Was ist ChatGPT? Sehr gerne. Was sind die Chancen? Was sind die Risiken? Und wie ist das Ganze einzuordnen? Sehr, sehr schön. Und dann auch vielen Dank an alle Zuhörer und ZuhörerInnen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi.